Hi zusammen, heute sitze ich hier, Michi, Handy Games, erstes Mal beim Streamen mit Gerald Köhler, der Fußballmanager-Legende in Deutschland. Der Fußballmanager-Legende. Ja, vielen Dank. Wir schauen heute mal zusammen in We Are Football 2024, schauen uns die neuen Features an, gründen unseren eigenen Verein, den Handy Games FC und schauen mal, wie weit wir ihn heute führen können. Schauen uns mal Systeme an, gucken mal über die Mannschaft, vielleicht kriegen wir was Gutes zusammen und ich freue mich, also lass loslegen. Ich habe hier schon mal einiges vorbereitet, der Handy Games FC ist schon eingetragen, unser Vereinsmotto ganz großes Kino. Jetzt stellen wir uns mal zuerst hier ein Wappen zusammen, würde ich sagen. Schauen wir mal, was richtig gut zu uns passt. Ja, das Zahnradtiche, definitiv. Ihr habt da ganz schön viel Arbeit reingesteckt, das sind recht viele Optionen für schon vorhandene Sachen. Ja, es sind 171 Symbole und man kann alle möglichen Formen und Muster kombinieren und sich so das Wappen zusammenstellen. Aber man kann auch nachher selber eins irgendwie mit dem Grafikprogramm gestalten und integrieren, das geht auch. Dann kann man auch damit spielen. Perfekt. Genau das, worauf ich Lust habe. Wir sind fair. Nehmen wir die Waage, das ist eine faire Sache. Trikots auch völlig gestaltbar. Zwei von 98 sehe ich hier. Farben. Genau, also mit dem Trikot einfach drauf, dann mit dem Mausrad und dann kann man es einstellen. Perfekt. Was man möchte. Das geht sich doch schon mal schön aus. Ja, passt. Auswärts. Schön. Die Hose sportlich mit Sportstreifen. Ich fühle mich jetzt schon schnell. Kann man auch später dann immer noch ändern. Also man kann im Spielverlauf. Ja, genau. Kann man einfach machen. Gehen wir es mal an. Wir sitzen hier dann im wunderschönen Aachen. Nein, das ist falsch. Wir sind daheim bei uns in Giebelstadt. Wir könnten auch in Igersheim spielen. Igersheim? Also wir können ja den Verein hier lassen, aber Igersheim hat auch sehr schön. Okay. Aber wir können mal gucken, wo es schöner ist. Also ich hatte auch gar kein Problem in Igersheim zu spielen. Da bin ich total dabei. Da oben. Igersheim. Toll, oder? Ja. Das ist unser Marktplatz. Da sitzen wir dann zusammen mit unserer Mannschaft und trinken das Bier nach dem Sieg. Aber wir können auch nach Giebelstadt. Giebelstadt hat natürlich auch gerade so historisch natürlich einiges zu bieten. Ich sage schon das. Die Alm. Oh, ja nein. Ich habe uns jetzt in Snowman's Land. Jetzt bist du auf Neu gegangen. Das heißt, hier könntest du auch deine eigenen Borte eintragen. Ah, eine eigene Stadt anlegen. Genau. Und bei den anderen haben wir das alles schon sozusagen voreingestellt, damit man weiß, wo ist die Position, Lenkengrad und Breitengrad. Das braucht man natürlich später, um so Derbys auszurechnen. Genau. Und wenn du jetzt halt irgendwo auch ein Dorf hättest, das jetzt noch nicht dabei ist, wo man dann selber einstellen mag halt und sagen will, da will ich daheim sein. Genau. Dann muss man einfach nur die Grafik in ein entsprechendes Verzeichnis kopieren. Und dann kann man loslegen. Exzellent. Und dann muss man nur wissen, wo sind die Koordinaten, aber das ist ja kein großes Problem. Und dann geht's los. Perfekt. Unterstützung. Also hier würden wir eigentlich am Kitzbergplatz spielen. Am Kitzberg? Ja, ganz wie in alten Zeiten. Wie in alten Zeiten daheim auf dem Bolzplatz. Jawohl. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier mal die Standards, denn ich bin noch ein Anfänger hierin. Aber der Gerald wird mich da schon durchgleiten. Jetzt hast du aber doch einige schwierige Herausforderungen eingekauft. Hab ich. Aber okay, so ist das. Wir sind mutig. Der Handigans FC wird das schon schaffen aus Igertsheim. Ist das schön. Ist das das alte Rathaus und das neue Rathaus. Und meine Nachbarn und ihr schöner Hund. Da freue ich mich. Also auf geht's. Starten wir mal los. Heute beginnt die Vorbereitung auf die Saison 2023, 2024. Hervorragend. Urlaub der Spieler ist beendet. Sie blicken in erwartungsfrohe Gesichter. Man wartet gespannt auf das erste Training unter Ihnen. Hoffentlich nicht zu gespannt. Mein Training ist noch in Ausbau. Vier Aktionspunkte erhalten. Wie brauche ich? Wofür? Damit kann ich Dinge im Spiel machen, die ich sonst eigentlich in der Realität nicht kann. Also zum Beispiel kann ich es nutzen, um meine Budgets über das Normale hinaus zu vergrößern. Oder ich kann mit Spielern sprechen, die normalerweise gar nicht, die normalerweise nicht zu mir kommen würden. Aber so habe ich wenigstens die Chance, nochmal ein Angebot abzugeben. Und wenn ich dann auch nochmal Aktionspunkte einsetze, kann ich es vielleicht sogar an den Spieler verpflichten. Aber das ist so optional. Manche wollen es realistisch, die lassen das. Und die, die auch mal ein bisschen da was ausprobieren wollen, die können die dann nutzen. So wie wenn ich jetzt hier in der Saison praktisch sagen will, ich hätte gern ein bisschen mehr Budget, dann könnte ich hier einen Aktionspunkt einsetzen praktisch. Und jetzt kannst du noch weiter verhandeln und damit auch mehr steigern. Oh, das ist jetzt, da war es jetzt auf einem richtigen neuen Hardcore-Bildschirm. Weil hier, das ist für die Leute, die wirklich Finanzen lieben, weil hier kann man alle Werte genau einstellen und kann sie sozusagen mit allen sonstigen Prognosen und Sachen aus der Vergangenheit vergleichen und somit seine eigene Kalkulation praktisch nochmal ganz detailliert machen. Der normale Spieler, glaube ich, wird hier nicht so oft gucken. Aber es gibt hier diesen Button und den kann man auch nachträglich immer aktualisieren und kann halt so alles... Kann sein Budget praktisch dann selbst bestimmen, wo man hin will. Kann man besser im Griff behalten. Stark, stark, stark. Dann würde ich jetzt hier praktisch sagen, okidoki. Heimtrikot sind wir zufrieden, haben wir ja vorhin schon eingestellt. Und dann geht es mal los. Hier belasse ich mich jetzt mit meinem Präsidium, okay? Also hier ist es jetzt so, dass man im Prinzip immer gucken muss, will man sich mit diesen Sachen wirklich so beschäftigen? Immer im Hinterkopf oder nicht? Wenn ich zum Beispiel sage, Alter, spielt keine Rolle, ist alles gut, dann ist es so. Wenn ich jetzt aber sage, ich setze auf Erfahrung, dann muss ich auch nachher so aufstellen. Wenn ich das nicht mache, dann ist mein ganzer Vorteil, den ich dadurch sozusagen erstmal habe, nämlich, dass die erfahrenen Spieler sich freuen, dass sie bei mir gute Karten haben, der ist dann nach einer Weile eben quasi immer doppelt hin. Dass also ich verliere viel mehr, als ich am Anfang gewonnen habe. Wenn ich das also nicht mache und nicht plane, auf die Jugend zu setzen, dann lasse ich die Voreinstellungen und alles ist safe. Genauso auch wie zum Beispiel, wenn ich hier viel rotiere. Wenn ich das ankündige, muss ich es auch machen. Wenn ich es nicht mache, sind die halt alle irgendwann sauer, weil sie nicht zu ihren Einsätzen kommen. Und wenn nicht, dann habe ich halt diesen Vorteil am Anfang aufgegeben. Deswegen immer erstmal übervorsichtig am Anfang und erst wenn man so ein bisschen Erfahrung im Spiel gesammelt hat, kann man mal so vielleicht ein, zwei Sachen versuchen im Griff zu behalten und sich dann nach und nach halt entwickeln und diese Boni dann abräumen. Perfekt. Dann bin ich wieder zurück, äh, im frischen neuen Outfit, weil hier der Sommer im Winter stark ist. Okay, machen wir mal weiter. Geh halt. Ähm, müssen wir hier noch irgendwas sagen? Ich glaube, da können wir fast den Standard nehmen. Ich setze auf Erfahrung, Alter spielt keine Rolle für mich, das ist korrekt halt. Aktuelle Form ist nur ein Faktor. Ich meine, jeder kann sich im Training anbieten. Jeder bekommt bei mir eine Chance, das sehe ich absolut so. Wir wollen mittelfristig verbessern. Langt. Auf geht's. Das passt. Äh, cool. Ähm, Spielerbilder. Keine Zeichnungen mehr. Das ist richtig. Also, wir haben im Hintergrund immer noch auch die Cartoon-Bilder, aber die benutzen wir nur, damit wir im 3D-Spiel das richtige Aussehen sozusagen haben. Da können wir das immer noch benutzen und können sagen, okay, das ist die und die Haarfarbe und solche Dinge. Und im Spiel selber ist es aber so, dass wir jetzt auf diese, ähm, ja, generischen Bilder zugreifen, die halt keine echten Menschen sind, sondern entsprechend, äh, KI-generierte, ähm, Personen. Und die setzen sich eben aus verschiedenen Elementen zusammen. Und, äh, wir haben etwa 12.000 im Moment davon gemacht, äh, Männer und Frauen. Und, ähm, bei den Jugendspielern ist es sogar so, dass die im Laufe der Zeit dann altern. Das heißt also, die sind erst, äh, das ist ganz normale Jugendliche. Dann, wenn die in den Profikader, äh, kommen, sehen sie anders aus. Und wenn sie später irgendwie noch andere Aufgaben erledigen, dann kriegen sie nochmal ein neues Aussehen. Und das ist, glaube ich, auch, das sieht man schon so in der Zukunft, das wird eine, eine ganz coole Sache. Auf jeden Fall. Die einfach mit den Spielern einen sich noch viel stärker identifizieren lässt. Was ich, glaube ich, hier, wenn man, ähm, ähm, gibt es einen ganz neuen Bildschirm, der persönlich ist. Der ist am Anfang noch leer, aber hier sieht man später, ähm, dass es eine ganze Menge Dinge gibt, so, die sich dann auffüllen. Die sich auffüllen, nämlich Hobbys zum Beispiel. Das heißt, man kann gezielt auch im Beispiel hingehen und, ähm, kann das nachher setzen, dass ein Spieler ein bestimmtes Hobby bekommt. Und, äh, hier sieht man auch, wenn die was Böses machen, äh, dann kommen hier halt entsprechende Ereignisse, sodass man sehen kann, was da so in der Vergangenheit alles ange, äh, gefallen ist. Und auf diese Weise füllt sich dann auch hier so eine gewisse Spielebeurteilung, wo man über den Charakter was lernt. Und dann gibt's noch hier den Bereich, da geht's um bester Freund und Erzfeind und Spieler mit gleichen Hobbys. Mhm. Ähm, das geht dann, dass mehrere Spieler zusammen irgendwas machen. Die können eine Band gründen zum Beispiel oder sie gehen zusammen angeln oder was auch immer. Und wenn man jetzt zum Beispiel so einem Spieler ein Hobby geben will, um einfach mal auszuprobieren, was es gibt, dann geht man einfach hier oben auf diesen Button. Und hier kann man jetzt alle Spieler im Spiel quasi editieren, sozusagen live. Direkt, muss gar nicht mehr in Editor. Direkt, das heißt zum Beispiel Harald, ne, ist vielleicht jetzt nicht der stärkste Name, nimm mal Gerald. Dann würde dieser Spieler genau, mit minimalem Aufwand, würde der, ne, und dann hast du das eigentlich schon, ne. Und jetzt kann ich hier ein Hobby auswählen. Man sieht, es gibt eine ganze Menge. Ähm, bei mir zum Beispiel Klemmbausteine, wäre super. Und dann sieht man, ähm, kann man gucken, was passiert. Absolut. Also die treten dann zum Beispiel drauf, die Spieler auf die Klemmbausteine, jeder weiß, das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Sozusagen haben wir unserem Spieler jetzt einen Verletzungsgrund gegeben. Genau. Sehr schön. Es gibt auch zum Beispiel, also ganz fies ist zum Beispiel natürlich Skifahren. Skifahren hat für einen Fußballer gar keinen Vorteil. Das kann ich mir vorstellen. Genau, und das ist eigentlich das Hobby, wenn man das hat, hm. Dann überlegt man sich zweimal, ob ich dich wirklich zu einem langfristigen Vertrag... Ja, da kann man, da kann man das Spiel schwer machen mit. Alle Skifahren lassen und dann, die Klemmbausteine ist relativ harmlos. Das ist, da fällt mir nur mal einen Tag aus. Sehr schön. Ähm, was haben wir denn, was sehe ich denn hier noch alles? Ähm, die Fähigkeiten. Da gehen wir nachher auf jeden Fall mal rein. Also ich fände es auch cool, wenn du jetzt einen Spieler übernimmst. Weil das nachher ist wichtig. Okay. Dann können wir sehen, wer so liefert. Wer so liefert. Dann bin ich mal der Jauck. Joschka, Joshua Jauck. Dann ändern wir den auch noch schnell. Warte mal, muss ich ja da drauf drücken, ne? Da oben. Und hier oben rein. Und dann wird das der Michi Jauck. Gucken wir mal, was wir zwei so zusammenbringen hier. Also mein Name ist ja leicht zu merken, ja. Das ist fast schon ein Künstlername. Das ist fast schon ein Künstlername. Ja, ja, ja. Ab geht's. Die Woche startet. Genau, jetzt sind wir am Anfang. Jetzt sind wir am Anfang. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man das alte Spiel schon gespielt hat, dann sind viele Sachen jetzt eingebaut, die einem das Leben im Vergleich zu damals viel einfacher machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Finanzsponsoren einfach mal klicke, was passiert dann? Bam. Dann kann ich sofort auswählen. Kein mühsames Rumge-Klicke. Genau. Genau solche Sachen haben wir 100 gemacht, damit der Fluss einfach total schnell geht und man sofort alles auswählen kann. Sehr organisch, sehr direkt. Also wenn du jetzt hier zum Beispiel sagst, diese ersten Woche mache ich das und das und jetzt klickst du hier. Trainingswoche ist genau das Gleiche. Musst du nicht zehnmal klicken, sondern hast sofort die Woche. Gleich überlegen. Okay, was Simples und das ist schon vorbereitet. Ja, Kondition. Am Anfang muss es abgehen. Definitiv. Ich weiß, das magst du nicht, als du bist ja jetzt leider auch... Ja, ich meine, Fitness und Kondition ist jetzt so nicht das, worauf ich eigentlich achten würde. Hat man ja gerade gesehen, dass ich schon meinen Pulli wechseln musste, aber hey, das ändern wir jetzt. Die ersten zwei Wochen machen wir das. Du führst mich ein und dann werden wir... Oh, guck mal, da unten gibt es gleich so, das ist auch noch wichtig, Flügelmenüs, da ist gleich ein Tipp. Das ist ganz wichtig. Wenn man nämlich das Spiel beginnt, wir haben geguckt, dass die aller, aller wichtigsten Tipps, die sind gleich am Anfang. Gleich, sofort. Sofort. Und der Flügelmenü-Tipp ist ganz wichtig, weil man kann mit einer Taste dieses Ding aufmachen. Und dann auch auswählen, was man gerne hätte und was man wichtig sieht halt. Und dann... Hätte ich zum Beispiel die Tabelle gerne gesehen. Genau, kannst du die auswählen. Alles, was dich interessiert. Nächstes Spiel ist zum Beispiel ganz typisch, dass man die sehen soll. Also das ist natürlich nicht der VfB in der Profimannschaft, nur, sondern das ist... Das ist klar, das ist kleinere Stuttgart, Vierte Liga bei uns daheim. So ist das. Unzufriedene Spieler. Da bin ich noch nicht drauf, aber... Aber das wird sich auch mit der Zeit finden. Das kann sich ändern. Genau, wenn du das so machst, musst du beide klicken. Aber hiermit kannst du... Ah, Tab, ne? Und da empfehle ich natürlich einen 21 zu 9 Monitor. Weil dann sind die immer da. Alles klar. Und 21 zu 9 ist dann schon so. Hat man so einen Manager-Cockpit. Das ist richtig. Schon lässig. Alles im Überblick. Ich glaube, 4% der Spieler wollten das. Aber es war egal. Also... Es war cool. Wenn ich einen hätte, würde ich es jetzt auch wollen. Ja, das ist echt... Ganz neue Welt. Was echt Mist ist, ist so ein Riesenbildschirm. Das... Ich habe gerade so Screenshots machen müssen die Woche. Es wird einem nur schlecht. Das ist ganz furchtbar. Man sitzt davor und irgendwann... Ab 21 zu 9 ist es toll. Alles klar. Ich schäme mich jetzt schon fast, weil ich spiele es zu Hause am Fernseher. Aber okay. Du sitzt aber auch weiter weg. Das ist richtig. Auf geht's. Gehen wir mal die erste Woche an. Wir schauen jetzt mal, was wir für eine Mannschaft haben. Mit welchen weiteren Leuten wir es so zu tun haben. Das sieht ganz schön grauenhaft aus. Ja, wir haben ein paar Talente. Du und ich gehören nicht dazu. Wieso haben wir eigentlich solche Spieler genommen? Das ist doch jetzt Wahnsinn. Das weiß ich nicht. Ich glaube, einfach weil wir den Namen toll fanden. Ja. Jauck und Wunder. Aber hey, wir bauen drauf, dass der Marvin Neubert und der Valentin Lechner halt die Sache für uns hier regeln. Wir werden nur noch zu einem Stammplatz kämpfen müssen. Wahrscheinlich. Also viel wird man hier nicht sehen. Aber wir können hier sehen, dass wir praktisch auf viel mit unseren Spielern hier direkt eingehen können. Ja. Was für dich erstmal wichtig ist, ist nachher der Kabinen-Sizeit. Der Kabinen-Sizeit. Ja. Wenn du auf den klickst, dann siehst du, jetzt sind noch alle auf deiner Seite oder sie sind neutral. Später wird sich jeder von denen entscheiden, ob er dich unterstützt oder nicht. Das war natürlich so damals bei einer Mannschaft in Bayern. Ja. Da wurde ja dann so kolportiert, dass die einen für den sind und die anderen gegen ihn. Und das hat uns inspiriert für dieses Feature. Und das wird dann hier auch noch härter. Da steht dann richtig fiese, gemeiner Text sozusagen, dass die Ose hin, wenn du weg bist und solche Sachen. Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr spannend werden kann. Aber man muss immer mal gucken, was gerade schief läuft. Und die Spieler werden sehr schnell, gerade wenn man eine höhere Schwierigkeit spielt, dann werden die sehr schnell unzufrieden, wenn solche Angebote kommen und man nimmt die ab und sowas. Da geht das Spiel jetzt ganz anders, so wie halt in echt auch. Also wenn dann irgendwas Großes aus der ersten Liga kommt, man sagt einfach, wenn man jetzt gelangweilt ist von den Angeboten, dann wird man sich wundern, dass das noch die Dauer ausfügt wird. Ja, nicht mit mir, ne? Ja. Wollen die nicht mehr. In der Team-Hierarchie, da sieht man schon ganz genau, wo wir anzuordnen sind. Und aus irgendeinem Grunde, ist das ja hart, hat man dich mit einer wichtigen sportlichen Rolle hier betraut, während... Sie haben es direkt erkannt. Wenn ich als Außenseiter operiere, das ist schlecht. Du bist auch nicht sehr glücklich. Ich bin auch so voll unzufrieden. Das läuft mit mir. Wir haben noch Spielerbeziehungen. Jetzt möchte ich mal gucken, wer sind denn meine Freunde? Hören wir mal, da ist doch der Gerald, wen mag er denn? Ja gut, wir sind offensichtlich, kommen wir gut zurecht. Teamspieler. Ja, das sind wir. Also wenn wir auf zusammenspielen, dann glaubt das auch. Hervorragend. Sollen wir dann gleich mal ausprobieren nachher, ne? Ich hab überhaupt keinen Bezug zu dieser Mannschaft, offensichtlich. Na Gott sei Dank hab ich dich bei mir. Gut, Berlin haben wir noch niemanden. Der Kader ist ausbaufähig, würde ich sagen. Mein Markt wäre die 60.000. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Also, ich beschwere mich jetzt nicht, ne? Also, wie gesagt, wir müssen dich nur noch ein bisschen glücklicher stimmen. Und dann geht das mit dem... Aber man kann doch nochmal gucken, warum bin ich denn unzufrieden? Was ist jetzt... Außerdem braucht man... Sieht man das, wenn ich dann... Ja. Ach ja. Ja, wenn du nochmal draufklickst, dann... Ah, ja, ja, ja. Zufrieden. Jetzt hier nochmal unter einer Motivation. Motivation. Was nervt mich? Falsche Qualität. Hey. Die fachliche Qualität des Männleges. Ja. Da setzen wir uns also nachher nochmal zusammenhalten. Ich hab's vorher gewusst, das ist okay. Wir können weitergehen. Das ist der erste Tag, hey. Okay. Lass uns hier mal durchgehen, durch die ganzen Menüs hier. Die Jugend. Sehr schön. Erinnert mich definitiv noch an letztes Jahr. Aber ich glaube, Jugendcamps können wir uns noch nicht leisten. Ja, das gehört ich. Also da gibt's so kleine Verbesserungen und Auswirkungsverbesserungen und ganz viele so Kleinigkeiten wurden gemacht. Aber das war zum Beispiel schon im Update mit den Jugendcamps, in einem Waffe-Update. Aber ich glaube, trotzdem ein schönes Feature. Und wenn das nicht gespielt hat, der kennt das auch noch nicht. Also so gerade für unseren kleinen Handy-Games FC halt, ist glaube ich die Jugend die Zukunft. Das ist alles, was wir haben. Das ist richtig. Und natürlich insbesondere mit den Talentsternen. Talente haben wir natürlich. Ja, kleines Talent. Da kann sich was entwickeln und der ist nicht schlecht, würde ich mal sagen. Also für unsere Mannschaft definitiv sogar. Den können wir sogar schon hochziehen. Den würde ich hochziehen. Vielleicht mal ein Vertragsgespräch. Hier kann man das ja dann praktisch zuordnen, an welchem Tag und wo man das gerne machen will. Genau, kann man alles. Man sieht jetzt auch, das ist ein Jugendfoto. Ja, definitiv. So fängt das an und nachher ändert sich das. Niklas, ich glaube an dich. Ich freue mich schon aufs Gespräch morgen. Dann verletzt sind hier noch keine. Das finde ich schön. Transfers und Scouting. Ich bin mir nicht sicher, ob unser Budget, unser Budget ist gar nicht mal schlecht. Könnte man sicherlich etwas ausbauen. Aber lass uns dann nachher erst mal ein Spiel machen und mal sehen, ob wir überhaupt jemanden brauchen. Organisation. Reisen und Sportliches. Interessant. Ihr habt ja an sehr viele Details gedacht. Ja, also da gibt es auch einige neue Sachen. Nicht alles können wir mit unserer Mannschaft machen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nach Asien fahren und eine Promotour machen. Interessiert das noch niemanden. Interessiert das noch niemanden. Aber wenn wir erst mal erste Liga spielen und entsprechend dann Stars haben, dann kann das natürlich langfristig für das Ansehen unseres Vereins hilfreich sein. Das sorgt natürlich für alle möglichen Sachen. Mehr Einnahmen, mehr Trikotverkäufe, mehr Reputation auch bei Spielerkäufen und solche Dinge. Perfekt. Was wir aber schon machen könnten später mal wäre so ein Turnierverein machen. Und wenn man das dann anklickt, dann können wir jetzt nachher einfach mal so einen Test organisieren. Mal schauen. Wir werden jetzt nicht unbedingt spielen, aber ich glaube, man kann zumindest schon mal sehen, was man so machen kann. Mittwoch. Die Woche wird recht voll. Recht schnell. Also früher war ja immer so alles mit Scrollen. Genau. Das ist alles weg. Es gibt jetzt nur noch diese Tabs. Ne, ist echt schön. Und das Wichtigste ist, dass man die nicht übersieht, die dann neu sind und cool sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier in der Zentrale ist, dann gibt es hier, was ist gut, was ist schlecht. Und das sagt einem sofort. Vielwarnung. Ja. Ja gut, wir haben halt. Genau, aber das ist normal. Der Handy Games FC ist neu. Das ist neu. Da ist vieles einfach noch nicht jetzt am Start. Zum Beispiel, Sponsorentag haben wir noch keinen gemacht. Das ist eine gute Sache, was man immer machen sollte, aber wenn es noch nicht da ist, dann warnt er halt. Da ist jetzt nichts Schlimmes und es ist kein Weltuntergang und selbst wenn man es nicht tut, ist es nicht gleich, dass man deswegen absteigt. Das ist halt nur eine kleine Unschönheit, die dafür sorgt, dass irgendwann mal die Sponsoren vielleicht nicht verlängern. Aber ist noch nicht der Untergang. Das ist kein Problem. Wir schmeicheln ihn, wir nehmen sie mit an unseren Marktplatz. Da haben wir gesehen, schöne Eisdiele, das läuft. Wunderschön. Da freuen sie sich. Ganz neu gepflastert und der Brunnen ein Hammer. So, und dann hier ganz viele Stärken und Schwächen. Und die Schwächen, man kann sie überarbeiten, aber man kann sie auch einfach erst mal hinnehmen. Ich meine, wenn ich keinen Spieler verpflichten will, dann nutzt mir auch die Information hier nichts. Aber irgendwann kann ich ja mal gucken, der Kader ist zu alt. Immerhin mal so ein Hinweis. Wenn ich überhaupt nicht drauf geguckt habe, dann aha. Ich muss mal vielleicht mal schauen, dass ich da ein bisschen was tue. Also definitiv mal eine gute Hilfe zum Einstieg. Aber alles Hinweise. Es ist nicht der Weltuntergang. Auch viele schwierige Spieler. Dann habe ich sie halt. Dann muss ich ja mit den Problemen kämpfen. Aber es ist noch nicht jetzt so, dass ich deswegen absteigen muss. Klar. Das kann ja auch ein Vorteil sein, wenn die sich ein bisschen weigen. Eben, unser Team ist ja auch bissig und das ist ja schon wieder was Gutes. Ja, zu brav ist vielleicht dann auch nichts. Brauchen wir auch nicht. Nee, super. Genau. Und das ist so ein Ding, da muss man immer gucken. Also gerade beim Erforschen, dass man immer das im Kopf behält. Dass diese Tabs hier noch dabei sind, dass es noch mehr Info gibt, die man vielleicht sonst übersehen kann. Ich sage mal, am dramatischsten war das immer, also wir machen ja immer so Tests. Das heißt, da kommt dann so eine Person, die kommt zu uns ins Büro, kriegt das Spiel vorgesetzt. Und dann spielt die genauso wie du und ich sitzt daneben. Und dann gucke ich, was finden die und was finden die nicht. Und da gibt es solche Sachen. Immer das Gleiche. Dann weiß man aber, das ist eigentlich Murkstand. Da muss man was tun. Und unser schlimmster Kandidat war, wenn ich zwei Bildschirme weitergehe. Irgendwann? Hier noch einen. Wenn du da hinklickst. Das war das Trainingsgruppenfeature. Das hat keiner gefunden. Ja. Das ist tragisch. Aber ich sage es jetzt hier, damit jeder, der das jetzt hier sieht, weiß sofort, hier ist nämlich eine coole Möglichkeit. Weil da gab es ganz oft so einen Kritikpunkt am Alten. Oh, die regenerieren so langsam. Dann sind die verletzt und dann geht da nichts. Aber ich kann die natürlich nie nochmal mittrainieren lassen und immer automatisch irgendwelche Boni geben. Und dann muss man sich schon ein bisschen kümmern. Und deswegen ist es so, damit dieses Trainingsgruppenfeature ermöglicht, aber trotzdem nicht so nervig ist, dass man jede blöde Woche wieder neu mit allen Details machen muss und irgendwann wahnsinnig wird. Geht man einfach drauf, kann die Woche hier sozusagen einmal auswählen aus den normalen Standard-Trainingswochen und ist fertig. Und weist dann da eben den entsprechenden Spinner zu. Und ich glaube, damit haben wir so einen Komplexitätsschub, der aber einen nicht verrückt macht. Dass man nicht wahnsinnig wird und sagt, ich bin jetzt eigentlich nur noch am Klick dies und diese Einheit und nochmal und so weiter. Das ist alles nicht cool. Nee, das ist definitiv schöner so, wenn du das direkt einfach... Und wenn du dann auf die Trainingswoche hier nochmal gehst, dann kannst du hier unten dann auch jetzt bei der Saisonplanung zum Beispiel hingehen. Wenn du da jetzt hier unten hast, hast du die Möglichkeit, mit einem einzigen Klick das sozusagen auch für die Ewigkeit zu machen. Man muss dann nicht jede Saison wieder irgendwie was ausdenken oder sowas, sondern übernimmt das und das ist alles cool. Du hast dann praktisch deinen vorbereiteten Trainingsplan, so wie es damals mein Herdkundelehrer in der Schule gemacht hat. Genau. Perfekt. Die sind schlau. Die sind schlau. Die machen sich das einmal und so machen wir das auch. Ich habe es ihm damals auch gesagt. Top Arbeit so. In der Saison wieder zurück, wenn wir noch was machen wollen. Okay. Das war ja nur so ein Exkurs. Alles klar, der Exkurs ist in Ordnung. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal hier noch durch, was es sonst noch so alles gibt halt. Einfach mal, um jedem mit dem neuen Menü vertraut zu machen. Auch mich. Ja, also hier ist ein ganz wichtiger Bereich. Das war früher eine ewige Friemelei mit diesen Mitarbeitern und immer einstellen und wieder ab und lassen und so weiter und so fort. Und das haben wir vereinfacht. Das war sozusagen das Einzige, was wir, glaube ich, weggelassen haben, weil das war mühsam und das war nicht schön. Und jetzt kümmert man sich um die Abteilungsleiter und die machen das. Und ich glaube, das ist keiner sauer. Also wir haben noch keinen gefunden und ich hoffe, es wird auch keiner auftauchen. Nein, das ist super. Dafür kann man dann jetzt hier halt so schöne Statistik, kann man gucken, wie alles wird. Und wie sich das entwickelt. Genau, dann kann man denen so ein paar Vorgaben machen und insbesondere hat man hier dann noch, das ist so, wenn es schlecht läuft, wenn man jetzt pleite, dann kann man so den letzten Cent rausquetschen. Und da gibt es natürlich immer so reale Sachen, so freie Softdrinks für Gäste der Geschäftsstelle kostenpflichtig machen. Auf jeden Fall. Letztes Jahr, ein Bundesliges gemacht. Bin ich sofort dabei, ja. Genau, das ist zum Beispiel, das tut einem doch gut. Also ich fühle mich jetzt schon... Auch so, mich läuft Mannschaften duschen kalt. Finde ich zwar krass, ich bin mir nicht sicher, ob Gerald Wunder das toll findet, der ist eh schon... Nein, lass das, lass das, lass das. Nicht jetzt, irgendwann. Irgendwann. Genau. Hilfe. Super. Alles klar. Schön. Da wissen wir, da sind wir wieder, wo wir daheim sind. Die Alm, da komme ich noch nicht drüber weg, aber es ist jetzt halt so. Ja, das ist jetzt die Alm halt. Wir erfinden Igersheim neu. Ja, okay. Aber was wir zum Beispiel schön machen können, wir haben jetzt Details. Okay. Jetzt können wir zum Beispiel hingehen und können sagen, Text auf Haupttribüne, nicht, dass da eine wäre, aber wir könnten Igersheim schreiben. Groß bitte. Ja, eigentlich Großbuchstaben. Ach, du hättest gern voll Großbuchstaben. Und ich hätte auch gerne ein Leerzeichen dazubeschrieben. Okay. Also hier neben jedem Buchstaben, damit das ein bisschen aufgeloppert ist. Ich sehe, du bist, du hast das schon perfektioniert. Ja, ich weiß, das ist immer, wenn man es nicht macht, dann, das sieht cool aus so. Alles, ich vertraue dir da voll. Und da unten ein ganzer Handy gehen und schreiben, dann ist das auch, das finde ich fair. Aber das ist, wenn du ein Leerzeichen machst, dann wird es zu klein vielleicht. Könnte sein, dass das mit unserem meckerigen Stadion gar nicht besonders beeindruckend ist. Aber wir probieren es mal. In der Stadionansicht, ne. Oh. Uh. Also ist jetzt nicht perfekt. Naja, da muss man jetzt hier noch ein Leerzeichen und da noch ein Leerzeichen machen, damit das praktisch außerhalb der... Ich habe es wieder ein bisschen zu arg übertrieben. Oh, egal, das passt auch gerade so nicht rein. Aber du könntest den Front eins kleiner machen. Dann könntest du mal ein bisschen experimentieren, dass das passt. Also hier zum Beispiel hat man ja Schriftgröße. Schriftgröße. Okay, schon so mittel vielleicht. Oder auch. Dann gucken wir mal, ob das passt. Jetzt müssen wir die Leerzeichen... Oh, besser schon. Also auf jeden Fall schon besser. Ich meine, wenn wir erst mal das Stadion ausgebaut haben, halt, also ich glaube für unseren Champions League Run dann... Dann haben wir auch mehr Platz für tolle Beschriftung. Aber das ist schon cool. Ja, kann man... Also man kann ja jetzt hier mit ganz einfachen Mitteln zum Beispiel auch Sachen mal einfach mal ausprobieren. Wenn man so den leichten Schwierigkeitsgrad hat oder... Dann kann man auch direkt... Dann auch ohne Bauzeiten ja alles modifizieren. Aber normalerweise dauert es ja, bis man ein Stadion ausbaut. Aber wir können jetzt hier ganz viel rumexperimentieren. Wenn wir zum Beispiel in den Editor gehen, gibt es zum Beispiel so coole Sachen. Und das machen wir jetzt... Das Drehband ist einfach, aber wenn man jetzt auf Ausbauen geht... Und dann gibt es jetzt hier zum Beispiel so eine Loge mit Videoring. Und wenn man die jetzt einmal sozusagen durchplatziert, dann haben wir was, was immer so mitgeht. Das heißt, es ist so ein bisschen animiert und man sieht... Und jetzt hier... Oh, ist das cool. Und jetzt sieht man schon, diese ganze Werbung wird da eingebaut. Und zum Teil hat man dann auch Kontrolle drüber und kann für die einzelnen Vereine spezielle Werbung machen. Das heißt... Oder Sprüche machen oder sowas. Wir haben zum Beispiel jetzt hier haben wir so ein... Respekt ist unser Neutralbegriff. Aber für viele Vereine haben wir dann auch so lustige Sachen, was da sozusagen als Slogan kommen könnte. Was man da reinbringen könnte. Und man kann dann auch so Fanplakate nachmachen und kann die in den Verzeichnis kopieren. Und dann sieht jeder Verein so noch ein Stückchen authentischer quasi aus. Also da gibt es ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Verschiedene Dächer und man kann da unten die... Man kann auch eine Laufbahn machen, ganz einfach. Also wenn du zum Beispiel... Wir wollen eine Laufbahn und... Ja, ist jetzt hier... Da müssen wir eine Option machen. Das heißt, wir können aber hier... Ja, das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten. Dann müssen wir jetzt hier die Laufbahn aktivieren. Können eine Farbe auswählen. Bei uns wäre vielleicht rot. Ja, dann nehmen wir rot. Genau. Und dann gibt es noch so coole Sachen wie dieses Sitzmuster. Sieht wahnsinnig aus. Aber wir können jetzt hier hingehen und können zum Beispiel unser Rot wieder irgendwie wählen. So. Und jetzt würde dieses Muster auf die Tribüne gelegt. Das heißt, wenn wir jetzt angucken, dann gibt das so ein Muster. Also ich würde mal sagen, Haltei, unser kleines Igersi-M-Stadion schaut schon ganz schön beeindruckend aus. Das wird. Je größer das Stadion ist, desto besser wird das Muster. Weil dann natürlich viel Platz ist und dann kann das so wirken. Und das sieht dann so ein bisschen aus, so Sydney-Style, wie das Olympiastadion, dass das so ein bisschen so ganz besonders ist. Da kann man richtig schöne Sachen gestalten. Man kann Laufbahn natürlich. Und ich sehe es unterscheidet auch zwischen Steh- und Sitzplätzen. Sehr schön. Sehr schön. Unsere Fans mögen das. Echt klasse. Der Editor. Das macht Spaß. Also ich freue mich da jetzt schon drauf, das Stadion auszubauen. Und da die Pokalerfolge drin zu feiern. Klub Gelände. Da haben wir auch was, was wir anschauen können. Das ist sehr realistisch. Und man sieht, die rennen auch schon rum. Also das finde ich gut, Haltei. Wir sind fleißig. Wir sind schon am trainieren. Klar, unsere Hörereien ist klein. Wir starten eben erst. Aber das wird ja noch. Das wird noch. Liebe Leute, das wird noch. Der Weg zum Stadion ist noch ein weiter. Die Anreise zum Stadion. Da kann man auch noch eingreifen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah ja, sogar die Klimaneutralität hervorragend. Da freue ich mich drüber. Alles schön zusammengefasst. Kann man alles auf einem Ding sehen. Perfekt. Die Hall of Fame dann in der Zukunft, wenn wir mal irgendwann erfolgreich werden. Genau, also wir könnten uns jetzt eintragen, aber wir wollen es nicht übertreiben. Danke. Also ich glaube, wir haben jetzt schon ordentlich zugelegt für den kleinen Club, der wir eigentlich sind. Ja, aber Moment, bei der Hall of Fame ist ganz wichtig noch, ich kann hier verschiedene Spieler halt mir aussuchen. Ich kann auch zum Beispiel irgendwelche historischen Spieler die Bilder nehmen und kann die da reinkopieren in ein bestimmtes Verzeichnis. Dann findet er die auch. Und dann, wenn ich ins Museum gehe, habe ich einen speziellen Raum. Und da werden die dann praktisch präsentiert. Da gibt es die entsprechenden Vitrinen und dann sieht man ein entsprechendes Porträt und der Spieler ist dann da drin. Und ich kann auch zum Beispiel historische Mannschaften da Fotos machen oder reinpacken, sodass man sozusagen die Meister von dem und dem Jahr und dem und dem Jahr und so weiter, dann sieht es bei uns jetzt nicht so aus. Nein, nein, aber ich meine, irgendwann kommen die Iggersheimer Aufstiegshelden da rein. Genau, und dann können wir das machen. Das ist sehr schön. Okay, Finanzen, da waren wir vorhin schon mal. Über den Rest, da müssen wir jetzt glaube ich nicht in die Tiefe gehen. Sponsorenverträge. Ja, also man sieht jetzt hier so ein bisschen was, wir haben ganz viele Sponsoren integriert, sondern wir haben 50 verschiedene für den Start. Wenn das Feature gut ankommt, und das sieht glaube ich ein bisschen anders aus, dann will man noch ein bisschen zulegen. Das macht uns große Freude. Also jeder Sponsor hat natürlich irgendwie, gibt seinen Hintergedanken. Okay, dann hat so seinen eigenen Charakter. Dann kann man ja versuchen drauf zu kommen. Ich sehe, du kannst die praktisch auch für Tribünen und Banden und Fernsehgeld, also ihr seid da sehr ins Detail gegangen schon mit der... Genau, was halt so ein Fußballverein typischerweise an Sponsoren hat. Die haben wir auch so weit. Und ich sehe, das gefällt mir, komplett an Abteilungsleiter delegieren, das finde ich sehr schön fürs Erste. Ja, und da gibt es auch oben dann nochmal so einen Zentralpunkt, wo man das dann quasi... In einem machen kann. In diesem hier kann man das für alle machen. Dann hat man eine komplette Übersicht über alle Assistenten und kann das einmal sich einstellen, wie man es will. Das ist perfekt. Also, dass man wirklich auch mal schnell durch eine Saison durchkommt, ohne sich wirklich mit den Kleinigkeiten der Welt des Fußballs zu befassen. Genau. Perfekt. Und wenn du schon sagst, schnell durch die Saison kommen, dann haben wir einen ganz besonderen Modus. Das ist für Leute, die ganz fix spielen wollen, eine ganz neue Weise, wie man einen Fußballmanager spielt. Man stellt im Prinzip hier ein, sagen wir 2100. Das ist das maximale Jahr, zu dem man simulieren kann. Nicht, weil es ein Problem wäre, da jetzt 2200 draus zu machen, das würde auch gehen. Aber irgendwann werden die Spielstände halt wirklich gigantisch. Das glaube ich. Und da ist die Freude, glaube ich, größer, man macht das bis 2100. Das dauert so gut zwei Tage, zweieinhalb Tage, dann ist man da. Aber der Clou ist eigentlich, dass man jetzt sozusagen auf Start drückt und das dann so spielt. Das heißt also, man bekommt dann, wenn man das eingestellt hat, immer Ergebnisse und man bekommt den Tabellenbildschirm, wenn man den hier aktiviert. Wenn man die Vertragsverlängerung einstellt, dann kümmert sich der auch um die Spieler. Und dann kann man sozusagen Ergebnisse im Takt von, sagen wir mal, einer halben Minute bekommen und kann dann sehen, das funktioniert gerade, was ich hier mache oder nicht. Und wenn es misslich läuft, greife ich ein. Oder wenn die Saison zu Ende ist oder Transferfenster offen ist, greife ich ein, mache meine Sachen, klicke wieder drauf und es geht direkt immer so weiter. Und wenn ich dann ein Spiel sehen will, dann stoppe ich und dann habe ich sofort Kontrolle. Also auch gerade jetzt, wenn man jetzt hier so ein Target hätte und sagen würde, hey, das ist die Saisonvorbereitung, jetzt nicht so meine Sache, dauert mir immer meistens zu lang, mich da viel drum zu kümmern. Einfach mal überspringen, direkt ins Spielgestehen einsteigen. Genau, das hat ja schon so eine Voreinstellung, aber wenn man das hier so einstellt, dann hat man praktisch immer, kann man sofort sagen, jetzt go und mach mal, bis ich stoppe. Super. Und das merkt man, das kann also wirklich, das hat so einen ganz eigenen Reiz. Weil man echt davor sitzt und erlebt so eine Meisterschaft im Zeitraffahr praktisch. Und das ist lustig. Klasse, klasse. Die KI managt ja alles, also das kann schief gehen, aber vielleicht klappt es auch. Also wenn das ist, dann ist man ja da. Ist man da auf jeden Fall. Also zu jeder Zeit sind wir eingriffsbereit. Oder auch zum Beispiel ein Toilettengang, der hat eine ganz andere Dramatik, wenn das Ding läuft. Du kommst zurück und bist plötzlich vierter. Oder so. Das wäre definitiv eine freudige Überraschung, würde ich sagen. Okay, schauen wir mal weiter durch. Marketing, ja da kümmern wir uns jetzt fürs erste Mal nicht drum, aber ich sehe halt, du hast dann praktisch auch die gesamten Fanartikel für den wirtschaftlichen Zuwachs unseres kleinen Herzenvereins. Genau, also da ist alles so, aber das muss ich füllen. Am Anfang passiert ja nur nichts, aber wir müssen auch ehrlich sein, das wird wahrscheinlich nichts Großes werden. Nee, bei uns jetzt noch nicht halt, da gibt es ein paar Würstchen. Aber so ein Wunder ist schon geil. Ja, auf jeden Fall. Ich würde es kaufen. Ich würde es auch kaufen, wenn ich nicht mein eigenes kaufen müsste, bla. Okay, Präsidium findet uns soweit noch ganz toll. Die haben uns ja gerade eben erst eingestellt. Die Fans. Gibt es auch noch nicht viele dazu. Muss ich entwickeln. Genau, entwickelt sich dann. Ich sehe Ultras, wenn wir sie haben, freue ich mich. Da kann ich kaum noch drauf warten. Ja, da kommen wir gleich dazu. Ja, jetzt gehen wir erst mal die Aufstellung an. Klassische Fußballmanager-Möglichkeiten mit gefühlt... Das ist ein Witz. Hey. 1,9, wenn man es andersrum sieht, ist super, okay? Nee, aber da kannst du... Lass doch mal gleich dazu. Die Durchschnittsnote, den wir aus der gespielt spielen. Die Bewertung läuft von 1 bis 12, korrekt? Geht höher. Geht noch höher? Ja, ja, bis 20. Oh, bis 20, okay. Dann wird aus den normalen Sternen ein Feuerwerk erfahren. Also ab 16 gibt es Spezialfarben. Okay, also zum einen finde ich das cool, weil ich weiß, wir haben noch viel Ausbaumöglichkeit. Andererseits führe ich mich dann mit 1,9 jetzt weit ab vom Schuss. Ja, aber es geht auch schnell da unten. Da gehen wir uns schon raus. Holen wir uns schon raus. Also Felix, man hat ja gesagt, wenn man ein bisschen arbeitet... Medizinball rausgeholt. Wenn man nicht total ist, dann kann man was erreichen. Okay, Medizinballtraining ist hoffentlich wieder dabei. So. Okay, was haben wir noch? Mitglieder, gut, 5.100, ich bin beeindruckt. Das sind ziemlich viele. Das ist das ganze Dorf. Das ist das ganze Dorf, ist begeistert von uns, sehr schön. Das haben wir aber am Anfang auch so eingestellt, deswegen ist das so. Fans in der Öffentlichkeit, ja gut, da müssen wir noch ein bisschen Arbeit leisten. Aber auch nicht grundverkehrt halt. Ja. So, allgemeine Taktik hier, defensiv mit langen Bällen für unser mangelndes Vermögen finde ich einen sehr guten Plan. So toll sind wir nicht. Lass uns das ganze auch ein bisschen defensiver angehen. Pressing gegen Pressing, ihr habt wirklich an alles gedacht, das finde ich toll. Setzt das Spiel das auch um? Das setzt das Spiel auch um, ja. Also man kann das ausprobieren. Man kann dann einfach sagen, wir flanken, dann kommen die mehr. Oder die Ecken werden dann halt entsprechend gespielt. Und Konter wird man sowieso sehen. Also Konter haben im Vergleich zu Waff erheblicher Bedeutung zugenommen. Weil wir schon auch machen, wenn jetzt zum Beispiel eine starke Mannschaft gegen eine schwache spielt und die schwache hat Chancen, dann resultieren die doch halt gehäuft auch durch Konter. Oder einfach, weil die jetzt nicht den Druck ausüben und die da hinten rein drücken, sondern man setzt dann den Nadelstich und ja. Ich denke, deswegen hat das eine ganz andere Bedeutung. Und man muss auch sagen, für die Spannung sind Konter natürlich die besten Szenen. Absolut. Weil nichts ist geiler, wenn zwei Leute laufen auf das Tor zu und du denkst, jetzt müssen die irgendwie was Cooles machen. Oder es verbocken. Und du weißt natürlich. Und das ist so eine spannende Konstellation mit vielleicht noch einem Verteidiger und einem Torwart. Dass man wirklich so für drei, vier Sekunden dieses Tor herbeisehnt. Und das ist super. Das ist viel besser als irgendwie so eine Ecke. Oder kommt da irgendwie, springt einer hoch. Ja, ich hoffe, dass das eher uns passiert anstatt Mainz zwei. Weil es gibt auch nichts Schlimmeres, als in einen Konter reinzulaufen. Ich freue mich schon über ein Tor und zack hat Mainz eins geschossen. Nee, nee, nee. Das sind leider schon, leider werden die Favorit sein. Aber wir haben noch 40 Tage Trainingszeit, da kann man viel rausholen. Okay, dann rollen wir mal weiter hier. Training kommt dann wahrscheinlich direkt. Ein Freundschaftsspiel könnte man natürlich auch machen. Oh ja, können wir. Dann müssen wir nochmal zurück. Und dann ganz starten. Ja, weil ich heute eins zu schnell. Freundschaftsspiel vereinbaren. Absolut. Let's go, auf jeden Fall. Das finde ich auch sehr gut hier, dass du diese Vorschläge direkt kriegst, was du machen könntest. Oder was du unbedingt vielleicht mal machen solltest. Worauf wir jetzt sagen, wir haben Geld, wir haben Banden und Sponsoren. Nee, 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 nee. Wir wollen jetzt mal rollen hier und mal ein Spiel sehen. Eintrittspreise 5 Euro. Sie sind nicht zu hoch, zu teuer. Das wird in Ordnung sein. Komm, jetzt mal gucken, ob wir einen coolen Gegner kriegen. Gucken wir mal irgendwas, dass wir schlagen können vielleicht. Oder willst du gleich mal gegen was Großes und unsere... Vielleicht Gütersloh auf die alten Zeiten. Gütersloh, auf geht's. Oder natürlich, gut ist natürlich immer Hamburg. Rote Hamburg wäre auch sehr lässig. Meinst du, wir sind bereit... Das wievielde Jahr ist der Rote Hamburg jetzt in der zweiten Liga? Ach, Frage. Welche Saison? 14? Hm. Noch länger? Um Himmels Willen halt. Das ist die sechste. Ein sehr guter Kumpel von mir ist... Bauter Hamburg. Er wird mich jetzt definitiv hassen. Also auf... Oh, das ist ein super Spiel. Schauen wir mal. Richtig, richtig schön. Da sind wir jetzt noch genau... DFB-Pokalausflug überspringen wir jetzt einfach mal. Ja, das sind wir sowieso nicht. Da gehe ich doch lieber ins Kino. Alles klar. Ja genau, ich hatte ja den Vertrag für unseren tollen Jugendspieler angeboten. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Der muss eigentlich auch spielen. Da verhandeln wir auch gar nicht lang. Das ist eigentlich ein gutes Angebot. Ich glaube, den nehmen wir doch direkt. 17.000, das ist das Mindestlohn. Geschenkt Niklas Seliger, du wirst es machen. Das ist eine glückliche Nummer. Schnapszahl funktioniert. Das macht er. Turnier organisieren. Haben wir das ausgegeben? Ja, das überspringen wir auch. Aber wir könnten jetzt hier, ne? Wir können jetzt hier... Ein paar Mannschaften auswählen. Mal gucken. Vielleicht haben die auch alle keinen Bock. Wir mussten die Siegprämie erhöhen. Vielleicht wird das besser. Auf eine Million. Ja, das stürzt unseren Verein vielleicht ein bisschen in den Ruin. Aber hey, ist okay. Die sind alle, hier ist alles noch. Wir haben schon alles belegt. Da hätten wir noch ein paar Freier. Da wird es besser. Aber jetzt haben wir jetzt noch mal ganz gute Auswahl. Aber ich glaube, wir machen dann lieber ein Ligaspiel, weil das bringt uns nicht weiter. Die schießen uns zusammen und dann... Also, lassen wir erst machen. Das bricht die Krise aus. Lauter Hamburg wird schon hart genug. Lauter Hamburg wird sowas von machbar. Wir haben jetzt einen super Jugendspieler. Wir haben dich und mich. Das war lustig. Wir maximal zahlen 7000. Mehr verkaufen wir nicht. Nein, warum auch? Das ist safe, würde ich sagen. So, und jetzt... Ist er aufgestellt? Ja. Hey. Mit 1,7. Ja. Können wir das noch mal verifizieren? Können wir das noch mal verifizieren? Co-Trainer macht komplette Aufstellung bitte. Tatsächlich. Also gut, das liegt an der Position. Ich bin bester Mann. Liegt an der Position. Bester Mann. Das hat keiner. Wir haben sonst keine Rechten. Es wundert mich eh, dass wir 3-4-3 spielen. Das ist ganz schön mutig. Der einzige... Lauter Hamburg... Der einzige Grund. Gut. Sorry, Marvin ist ein bisschen besser als du. Aber du kommst dann zur Halbzeit. Das ist okay. Und dann drehst du... Das ist auch konditionell angemessen. Okay. Spielvorbereitung. Ich würde mal sagen... Spielzerstören und direkte Pässe hört sich hervorragend an. Ja, man sieht, die sind überall besser. Ich hätte es fast vermutet. Das ist... In der Tat. Es kann... Meine Güte, Herr Halter. Wir spielen zum Spaß hier. Wir spielen genau einmal pro Halbzeit Pressing. Das ist genau das, was der Fitness zustand. Ich glaube auch, dass mehr nicht drin ist. Zulässt. Gegen Pressing, Variable Ja. Wirklich Konter, was geht. Wenn wir eine Chance haben. Und Distanzschuss ist gut, genau. Verzweiflung. Ja dann. Zwalben. Können wir auch machen. Aber... Nein. Das ist... Wir sind jetzt nicht ganz so fies. Wir wollen Spaß haben. Geht's raus, habt Spaß. So kriegen wir das jetzt hin. Vergleichen brauchen wir nicht mehr. Lass mal schlagen. Okay, du kannst hier... Ja. Ich halte gleich mal an, dann kann ich was sagen. Ja bitte. Einfach mal weiter. So. Angehalten. Pause. Hier sehen wir den Match Screen. Und hier können wir tolle Sachen machen. Zum Beispiel hier unten. Da können wir nämlich alles am Match verändern. Es gibt für die meisten Sachen auch Tasten. Aber man sieht jetzt hier. Haben wir die ganzen Kameras. Die können wir nachher auch mit 1 bis 9 durchwählen. Okay. Wir können Anzeigen über Spieler verändern. Also vom vollen Namen bis Nummern. Wir haben so einen Schweif, der zeigt uns, wo der Ball sich sozusagen bewegt hat. Und wir haben hier vor allen Dingen auch Pyrospaß. Ja, digital ist das dann auch cool. Ja. Zoomstufe bewegte Kameras haben wir... Das voreingestellt ist weit. Also wir wollen Übersicht haben. Wir können auch ein bisschen näher hin. Aber im Prinzip ist es eigentlich besser. Man weiß, das sieht man, wo alle Leute sind. Genau. Wie das funktioniert. Und ja. Dann gibt es hier noch so eine... Kann man noch so ein bisschen was verändern mit der Anzeigedauer. Aber... Was sonst noch wichtig ist, hier kann man so einen Entscheidungszeitpunkt bestimmen. Wenn zum Beispiel im Spiel der Spieler eine Möglichkeit hat zu schießen und dazu passen, dann könnte man jetzt sagen, ähm, äh, schieß. Und dann wird das sofort ausgeführt. Und hier kann man einstellen, ob man das sozusagen endlos entscheiden will. Also, was hat der denn jetzt noch? Genau, also wie viel Zeit... Oder ob ich so ein Zeitpunkt mache. Oder ob ich sowas gar nicht will. Also wenn ich es für Unrealistisch schalte, dann so. Nee, super. Und hier gibt es noch so Anzeigen, die man so zusätzlich haben kann. So ein bisschen so beschleunigen. Fangesänge, dann werden so Fansachen eingeblendet. Viele Texte, aber auch manchmal, ähm, äh, Sounds, wenn das eingestellt ist. Also man kann das auch so eintragen. Genau. Wichtig bei den Fans ist halt, das macht eigentlich dann am meisten Sinn, wenn man in der Bundesliga ist oder in der, in der, in der hohen Liga. Weil dann sind vielleicht dann auch diese Fangesänge hinterlegt. Jetzt, wir haben noch keine, aber wir könnten welche erzeugen. Und dann würden die für uns auch, auch wirksam sein. Das wäre dann das für das nächste Mal, wenn wir den Verein ausbauen. Genau. Dann gibt es auch Fangesänge. Ähm, Slow-Mo ist praktisch dann einfach für das, für das Replay generell, nehme ich an. Genau. Sehr schön. Und, ähm, bei den Notenänderungen, ähm, das ist so, wenn der Spieler irgendwas macht und das ist gut oder schlecht, dann geht eine kleine Note sozusagen, eine Notenänderung hoch. Wenn es grün ist, zum Beispiel plus 1,0, dann hat sich diese Note durch diese Aktion für den Moment, oder hätte sich am Ende des Spiels um eine Note verbessert. Das hat am Anfang stärkere Wirkungen und am Ende natürlich dann halt noch diese wirklich echte Note. Aber man sieht sozusagen live, welcher Spieler gerade was Gutes und Schlechtes gemacht hat. Kann man abstellen, dann hat man das halt nicht, weil das ist ja im echten Leben auch nicht so. Aber Slow-Mo und Replay sind halt das, was es ist. Das heißt, entweder man sieht den Schoß am Ende langsam oder aber man kann sich's nochmal angucken. Und diese, dann am Ende nach der Szene kann man dann sagen, okay, wenn das jetzt hier auf lang steht, dann kriegt man diese Information, wer hat das Tor gemacht, wer hat die Folge gegeben und so weiter, dann halt entsprechend lange präsentiert und kann sich das in Ruhe durchlesen. Also man kann sich's praktisch so zurechtschneidern, wie man da gerne den Fußballtag gestalten mag. Genau. Und dann gibt's noch eine Sache. Also es gibt eigentlich noch drei Sachen. Das Tempo ist eigentlich mal, wie läuft das da oben durch? Also pfff, oder jetzt tock, 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 je nach Spannung. Die meisten Leute dürften einfach so schnell spielen, wie es geht, weil die natürlich sehen wollen, wie der Fußball da läuft. Exakt. Die Szenengeschwindigkeit ist so was ganz Individuelles. Es gibt ja Leute, die sind total in Hektik und die müssen dann 130 haben oder sowas. Dann sieht alles auf dem Platz 30% schneller aus. Das kann man mögen, aber muss man nicht. Kann man sich einstellen. Es gibt im Spiel auch so eine subtile Szenengeschwindigkeit, die sich schon verändert, wenn ich nur Vierteliga im Vergleich zu Erster Liga hab. Dann läuft das schon so ein bisschen mit mehr Schmackes ab. Das ist die. Damit man einfach so ein gewisses Gefühl dafür kriegt, da ist jetzt mehr Tempo einfach. Und dann gibt's noch Aktionsboxen. Und Aktionsboxen sind Sachen, die werden wir dann auch gleich in den Szenen sehen, die kommen dann einfach so ab und zu, wenn ein Pass gespielt wird zum Beispiel. Und dann sieht man an dieser Stelle, welcher Spieler ist das, welche Stärken und welche Schwächen hatte, welcher XG-Wert wäre an dieser Stelle, wenn er schießt. Und solche Sachen. Das würde man direkt dann sehen können. Auch da hat man so eine Anzeige dauer. Und dann kann man das so für sich einstellen. Aber das ist wahnsinnig schwierig, das im Voraus für alle Spieler richtig zu machen. Weil jeder will da was anderes. Und dann gibt's noch die letzte Funktion, glaube ich, die sozusagen dann, das ist, glaube ich, die Spieltagskonferenz. Insbesondere sowas für das Saisonende oder wenn Dramatik ist, dann klickt man da drauf. Dann kann man hier genau einstellen, was man von den anderen Spielen sehen will. Also zum Beispiel Gruppenspiel im Champions Cup kann ich dann mit anzeigen lassen. Oder da gibt's gewissen Torabstand. Oder wenn die Platt-Teams nah beieinander sind. Oder wenn es ein Spitzenspiel ist, dann wird mir das mit eingeblendet. Solche Sachen. Genau. Und das, glaube ich, ist ganz cool, weil das schaltet einfach so zwischen den Stadien hin. Und ja, man sieht dann, was da passiert. Aber jetzt gucken wir uns erstmal unser dramatisches Spiel an. Heute ist ja nicht so viel los. Schauen wir mal. Liga spielt nicht und wir spielen jetzt gegen den mächtigen. Es kann ja eigentlich nur massivst spannend werden. Gegen den mächtigen Lauter Hamburg. Und das Ergebnis wird vernichtend sein. Also sie fangen auch... Du glaubst ja halt hier überhaupt nicht. Die glauben von der ersten Minute an, wenn die zum Beispiel mit dieser Torbox loslegen und... Es hat neun Minuten gedauert. Neun Minuten, in denen wir ihnen die Stirn geboten haben. Neun Minuten. Lauter Hamburg tut sich weiter schwer. So ist es. Das Ergebnis ergebnet einfach nur was, bloß weil sie ein bisschen besser sind. Da ist super Parade von Santiago Gusenbauer. Das war stark. Also ich bin zufrieden. Bleib mal gut aufgestellt. So, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Aktionsboxen... Wenn ich das jetzt hier nehme, kann ich hier einstellen, ne, in eine Richtung. Wenn ich hier keine mache, dann ist es Fußball ohne Unterbrechung sozusagen. Also das wäre zum Beispiel meine Präferenz. Ich würde es lieber so sehen, ohne dass da jedes Mal... Und ich sehe ja meine XG, sehe ich auch unten. Ja. Das war jetzt für diese Szene. Jetzt kriegst du praktisch nur noch die Highlights. Das ist jetzt nur noch lauter Hamburg die ganze Zeit. Und die spielen sich schön, weil... Oh Gott, hätte er auch halten können. Wir müssen es so sehen, wenigstens bekommen unsere Leute hier in Gersheim was geboten. Ich muss jetzt mal deine Rückennummer sehen, damit ich dich überhaupt identifiziere. Die 10, was sonst? Und jetzt kommt der Konter, guck. Also es ist nicht einfach so, dass wir Druck machen, sondern wir kontern sie einfach dann... Das sage ich schon, wir. Und das ist auch typisch. Ja? Auf diesem Niveau funktioniert das einfach nie so. Nee. Es liegt einfach dran, weil du halt auch noch auf der Bank sitzt. Ja, aber ich warte. Ich warte auf die... Da hat man jetzt zum Beispiel 0,4, der Torwart bekommt für diese Parade eine angemessene Belohnung für seine Note. Zur Simulation. Ihr spielt ja hier praktisch, man sieht ja nur die Szenen und jetzt nicht das volle Spiel. Ist das... Habt ihr praktisch den Textmodus, den es früher gab, praktisch damit sozusagen ersetzt und aufgepeppt? Genau. Also wir sehen momentan da keinen Sinn mehr, jetzt sozusagen Texte dazu zu machen, weil man sieht doch, was passiert. Und es ist genauso schnell. Ja. Und also man kann natürlich jetzt wieder rückwirkend aus dem Ding einen Textmodus machen. Und man könnte den auch zweifellos sehr schön machen, aber ich würde jetzt erstmal sagen, jetzt muss man sich... Ja, aber man sieht ja jetzt hier, was passiert. Das ist ja, glaube ich, ein ganz anderes... Es ist definitiv packender und spannender, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, es ist auch ganz wichtig, dass ganz viel passiert zum Beispiel auch erst, wenn die Mannschaft ein gewisses Niveau hat. Also alles, was zum Beispiel so mit technischen Finessen und Tricks und sowas zu tun hat, das wird man jetzt wahrscheinlich... Eieieiei. Also du, ich bin tiefst zufrieden. Das ist nicht schlecht. 0 zu 2 ist eine Top-Leistung. Das ist nicht schlecht. Wir haben sogar einmal aufs Tor geschossen oder drüber. Also der Trainer wird nicht zufrieden sein. Das kann es jetzt ja nicht sein. Nicht? Wir sind unzufrieden? Ne, wir schon. Das ist gut. Wunderbar. 0 zu 2. Alles klar. Dann wird das so besser. Das passt schon. So nicht weitergehen. Wir brauchen jetzt mal ein Wunder. Schauen wir mal, was kann denn unser Marvin sonst noch? Linkes Mittelfeld. Da müsste man den Neuwart da rausnehmen. Linkes Mittelfeld, den ziehen wir zentral. Das ist der beste Mann. Vielleicht positionsfremd einsetzen. Vielleicht. Er ist so gut. Er ist einfach viel besser als alle anderen. Boah, jetzt. Jetzt ist es Zeit für Gerald. Das Wunder von Igersheim. Oder auch ein bisschen offensiver. Noch ein bisschen offensiver, wirklich? Gelegt diese Defensive. Okay, dann gehen wir das an. Da. Die Umstellung hat sich gleich. Hat sich schon bezahlt gemacht. Zwei Minuten durchgehalten schon wieder. So, jetzt Moment mal. Dann werden wir jetzt aber auch gleich mal unsere Taktik hier verändern. Und. Spiel zerstören. Nein, defensiv mit langem, abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel. Also ich glaube nicht, dass wir das können. Höherli nach vorne. So ist es gut. Genau. Das ist dieser Seeliger, der muss es reißen. Der muss es reißen? Ja. Alles klar. Der ist stark. Schauen wir mal, was da was draus wird. Weiter geht's. Ja, vielleicht wenigstens einen Torschuss noch. Das wäre toll. Das läuft. Das läuft. Du glaubst an uns. Bauta Hamburg. Bemüht, aber ohne. Beschwörst heraus. Jawohl. Sauber geklärt. Sauber. Louis. Sauber. Ja, aber ne, mal gucken. Man merkt, ich bin definitiv angespannt. Ich bin mitten. Oh. Naja. 0 zu 3 ist nicht schlecht. Das sind so ein paar Hamburger. Das sind zwei Ligen über uns. Mindestens. Stimmt, zwei. Jetzt am Ende geht natürlich uns die Kondition aus. Wir haben noch nicht trainiert. Also mir noch nicht, weil ich hab ja nur... Och. An die Unterkante. Hat aber gut gemacht. Ja, schön. Das war unnötig hingegen. Die haben das nötig. Ja, echt. Ehrlich. Und jetzt kommt... Jetzt kommt... Genau. Wer ist das? Oh! Kaum zu glauben, aber war... Das ist Wahnsinn. Der Ehrentreffer. Ich bin glücklich. Wir haben ein Tor gemacht. Eine Minute. Du, ey. Aus. Ich finde, das ist ein ehrbarer Achtungserfolg hier. Eins zu viel. Das ist schön. Ich bin nicht unzufrieden. Ich bin nicht unzufrieden. Die Sauer finden auch für Raute Hamburg natürlich noch früh in der Vorbereitung. Ja, sie haben halt gedacht, sie können mehr gegen uns ausreißen, aber errichten. Aber nein, es war nicht drin. Ja, es ist immer noch diese blöde Fitnesstraining. Ja, da waren wir jetzt noch ganz... Wir waren noch nicht ganz da, wo wir hinwollen, aber da arbeiten wir noch dran. Ich meine, die Zukunft kommt. Igersheim nach vorn, FC Handy Games, go, go, go. Lohnt. Nee, klasse. Das hat auch noch mal riesen Spaß gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, so kann das weitergehen. Aber es war in die richtige Richtung. Es ist ausbaufähig. Ich meine, ich hätte nicht gedacht, das wäre ein Tor schießen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Insofern nicht unzufrieden. Das war auch schon eine Nachlässigkeit, oder? Die da hinten. Ja, aber ich meine, ich fand, wir waren, es war im Rahmen, wo man sagen kann, okay, das war fast realistisch. Wir waren Konter. Besser hätte der echte Hamburger Verein auf mich abgeschnitten. Dass wir unseren besten Spieler sozusagen ins defensive Mittelfeld gespielt hätten, dann hat er diesen Pass gespielt. Ja. Das sind halt die genialen taktischen Züge, die wir da so anbringen konnten. Also jetzt ist wahrscheinlich auch das mit dem Trainer bei mir weg. Jetzt meinst du, du bist glücklich? Okay, das muss ich jetzt sehen. Jetzt will ich es wissen. Das glaube ich nicht. Ja, Santiago Busenbauer war hervorragend. Das ist ein guter Mann. Den behalten wir auf jeden Fall. Da ist wieder so ein Tipp. Menüleiste. Menüleiste. Jetzt haben wir das schon gemacht. Da sind wir schon durchgegangen vorhin. Aber ich will jetzt wirklich wissen, ob du glücklich bist. Wenn ich nicht weiß, ob du glücklich bist, bin ich nicht glücklich. Wo haben wir dich denn, der Geralt? Ist er jetzt glücklich? Nein, er ist immer noch unzufrieden. Ja. Aber es wird bestimmt besser. Wir können mal gucken, wie ist es denn jetzt genau? Ist denn was passiert? Nee, noch nicht. Er ist stark überbezahlt. Leicht aufgestauter Frust. Aber hey. Was ist das denn? Ja, mein... Was soll ich sagen, ne? Du Geralt, hervorragend auf jeden Fall. So, und Kabinenseismograph, wie sieht es aus? Immer noch alles ruhig. Alles ruhig. Hier unten gibt es übrigens nachher die Maulwurfs hier. Wenn hier richtig unzufriedene sind, dann gehen die so an die Presse und machen so hinten rum. Und dann steht hier, dass man einen Maulwurf hat. Und das sieht man natürlich dann auch in den Nachrichten. Aber dann kann man den hier jagen. Kann ich verstehen. Momentan würde ich sagen, ich habe da schon meinen klaren Verdächtigen. Aber ich werde da mal nichts sagen. Ja. Es wird leicht. Aber das wäre... Dann werde ich noch unzufrieden, wenn ich es gar nicht bin. Das wollen wir auf keinen Fall. Ja, das war so mal die erste Runde. Ja, da habe ich noch irgendwas Wichtiges übersehen. Irgendwas, wo wir noch mal reinschauen sollten. Wir bereiten uns jetzt mal schnell auf die Saison vor. Okay. Leite mich an. Indem wir einfach mal unser Training organisieren. Training organisieren. Das zwei weiter und dann wählen wir das schön aus. Und sagen hier. Und in der Saisonplanung würde ich das mal an als einfachstes Ding. Und jetzt geht es hier halt los. Das sieht ja auch alles schon so weit. Also ich hätte jetzt auch gesagt, unsere Fitness war überschaubar. Ausbaufähig. Daher Fitness und Spielherfahrung ist, glaube ich, wirklich ein guter Start. Ja. Das passt so weit. Können wir einfach mal gucken, was sich jetzt so lässt. Also normalerweise würde man jetzt, denke ich, vor allen Dingen im Transferbereich ganz viel machen. Und mal schauen und vielleicht auch mal gucken. Aber vielleicht kommt ja auch mal ein Angebot oder so. Muss man mal gucken. Ja, reinschauen in den Transferbereich. Ob es irgendwas gibt, das für uns funktionieren könnte. Zum Beispiel jetzt, ist jetzt nicht gegen dich, aber ich würde sagen, die rechte Mittelfeldposition könnte man aktiv nach einer Verstärkung suchen. Ich fühle mich leicht angegriffen. Ja, ist schon so, aber mit 1,7 kann man am meisten rausholen. Da können wir wahrscheinlich ein bisschen upgraden. Und wir haben da noch ein bisschen Geld. So einen erfahrenen für günstig vielleicht. Ja, unbedingt. Also gerade am Anfang ist es eine gute Sache. Die Wungen sind alle teuer und Ding. Genau. Ja, aber da ist schon einiges, der Max, der da von Mainz, der ist auch cool. Hier. Der ist auch gut. Der ist schon ein paar Tage älter, aber halt auch ein ganz Stückchen günstiger. Der hilft uns. Hören wir doch mal direkt ein Vertragsgespräch. Ja, ja. Wir wollen auch nicht leiden. Wir wollen ihn ja haben. Das ist gut. Herr Hacker. Herr Hacker, gucken wir mal. Genau. Übrigens können wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier Mainz angucken. Und das gefällt uns nicht, der Name oder so. Wir wollen uns irgendwie noch ein bisschen lustig machen oder sonst was. Dann gehen wir hier hin und haben auch immer die Vereinsnamen direkt, Kontrolle. Können wir alles sofort machen. Wir lassen jetzt mal Mainz, weil mir nichts Besseres für Mainz einfällt. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt hingehen will und will aus diesem Ding eine lokale Liga von mir machen, mit meinen lokalen Mannschaften drumherum, dann könnte ich das jetzt ganz fix machen. Also zum Beispiel jetzt Igersheim könnte ich jetzt hier. Jetzt können wir zum Beispiel Giebelstadt eintragen. Dann hätten wir so ein Duell. Ich meine, Giebelstadt ist jetzt Bayern. Das heißt, ist zwar dann alles nicht in der richtigen... Das würde nicht funktionieren. Also echt nicht, aber... Die Caps hier. Aber theoretisch wäre es dann so ein Duell. Das ist richtig. Das bringt schon. Cool. So, und wenn man jetzt so einen Dappen da anguckt, dann ist schon alles gut. Dann wird das funktionieren. Und jetzt. Geht es raus und dann wird es nach einer Weile passieren, dass sie sich umändern. Ah, ich sehe das Problem. Das war, weil das die zweite Mannschaft ist. Wir sind nicht gut genug. Du weißt recht. Jetzt fühlen wir uns besser. Schaut das auch noch kleiner aus, als ob das funktioniert. Manchmal dauert es bei so Aktualisierungen ein bisschen, aber an der Stelle, dann war es einfach tatsächlich die zweite Mannschaft. Einfach nur übersehen, weil ich... Die zweite Mannschaft. Wir sind halt noch nicht gut genug. Noch nicht. Wir sind jetzt auch nicht gewohnt, da unten rum zu gehen. Nee, absolut nicht. Übrigens, wenn man jetzt mehr als vierte Liga will, kann man das im Editor auch machen. Also fünfte Liga kann man einstellen. Mit ganz vielen Tricks geht es sogar noch tiefer, aber da muss man ein bisschen... Ein bisschen geschickter... Datenbank ausprobieren. Aber das Spiel lässt es grundsätzlich wurscht. Also wenn da unten noch mehr ist, dann macht er das. Also auch praktisch die korrekten Ligensysteme, so wie sie in echt sind, praktisch sind nachbaubar. Ja, also ganz viele Regeln kann man dann einstellen, ob man jetzt mit VAR spielt oder wie viele Aufsteiger und Absteiger und wie viele Relegationsrunden kann man einstellen. Gerade in Deutschland sind unsere unteren Ligen ja sehr, sehr interessant. Ja, da wird es natürlich auch herausfordern. Also da gibt es, will ich sagen, dass man das einfach dann im Detail genauso machen kann. Aber man kann so die grobe Richtung machen und man kann dann auch immer so unterste Ligen einstellen bei den Klubs, sodass die auch richtig dann auf- und absteigen und sowas. Und dann, glaube ich, kriegt man das schon ganz gut hin. Also praktisch mehr eine Frage des, wie viel Interesse habe ich daran, echte, detailgetreue Umsetzungen zu sehen. Also ich kann auch zum Beispiel sagen, die fangen mit 17 Mannschaften an und gehen dann am Ende auf 18 hoch oder sowas. Das kann ja auch alles. Also da gibt es viele schöne Sachen. Ja, dann kriegen wir den guten Mann. 300.000 haben wir geboten. Das ist, glaube ich, eher 9. 50.000 runter und verhandeln mal. Oh, wir sind nicht sehr glücklich. Also fein. Keine Einigung zustande. Mike wollte das nicht. Hab ich's verzockt? Wir werden uns in der nächsten Person versuchen. Und man sieht auch, die Mitarbeiter haben auch echte Fotos. Und auch altersbezogene Fotos. Also praktisch auch Teil dieser... Ja. Perfekt. Kann man dann auch alles modden, nehme ich an. Sehr schön. Genau, da gibt es eine Anleitung dazu. Wir können das auch gleich mal aufruhen. Gerne. Im Prinzip. Wenn wir jetzt praktisch einfach am Spieltag jetzt in Hilfe gehen, das heißt... einfach hier die Hilfe aufrufen, finden wir unten unseren Guide. Und hier ist alles erklärt. Der ultimative Guide. Das ist der ultimative Guide. Alles drin, was dein Fußballfan so brauchen könnte. Das sind, wenn wir hier so mal durchscrollen, endlos viele Seiten. Alle Infos, alles so zum Spiel, ist hier zusammengefasst. Man kann das schön in Ruhe lesen. Perfekt. Also im Einstieg in den Fußballmanager steht sozusagen absolut nichts mehr im Weg. Nichts im Weg. Also es ist wirklich... Man kann sich jetzt so einlesen bis zum Release. Wenn man das dann alles drauf hat, vielleicht auch zweimal. Ich glaube, ich brauche es zweimal. Weil das war jetzt so gar kein perfekter Einstieg, würde ich sagen. Und man lernt auch hier viel. Das ist auch hier. BTTS-Quote. Wer weiß, was das ist? Ah, gespeckt. Both teams to score. So eine Wettgeschichte. Ich glaube, das ist wichtig. Ich habe ja mitbekommen, dass so nicht jeder klar rüber, was ein XG-Wert ist. Ja, XG ist auch zentral. Und hier auch. Unangenehme Sache. Unangenehme Sache. High-Intensity-Interval-Training. Irgendwo erkennt man das. Das ist kein Spaß. Da ist auch das XG, da wird das erklärt. Und wir gehen ja dann richtig weit und sagen, wie werden Doppelchancen mit XG-Wert. überrechnen und so. Da kann man alles genau nachlesen. Klasse. Ja, schön. Und wenn man schon hier sind, hier ist das coolste aller Features. Feedback. Was klasse ist, weil ihr euch ja da auch wirklich darum kümmert, um das ganze Feedback, das ihr bekommt. Genau. Und hier kann jeder sozusagen in Sekunden alles eintragen und dann uns schicken. Das ist, glaube ich, die einfachste Kontaktmöglichkeit, die man hat. Wir wissen nichts über euch, außer das, was ihr da einstellt. Genau. Und du kannst halt praktisch direkt halt, ich habe was festgestellt, ich sage es direkt, bevor ich es vergesse, muss nirgendwo extra nochmal hin. Wenn ich zehn Minuten später wieder eine neue Idee habe, kann ich das genauso machen. Perfekt. Das Einzige ist, dann müssen wir schlau sein und merken, aha, der Rest wird ja nicht editiert. Das wird also nicht gewertet. Zufriedenheit. Ja, sowas. Da wissen wir, ihr habt es wirklich so gemeint. Nur so und nicht anders. Nur so. Du, Gerald, vielen Dank. Ich glaube, wir sind da jetzt eigentlich durch, weil wir könnten jetzt noch Stunden damit zubringen, den Handygames FC aus Igersheim an die Spitzen der Ligen zu treiben. Ich glaube, unsere Zeit ist zu langsam, aber sicher rum. Ich hätte wenigstens kein Giebelstück. Du willst, was, wirklich? Das ist Giebelstück. Wir können vorsimulieren, wir können vorsimulieren. Das ist total einfach. Das gehen wir jetzt an. Das müssen wir vielleicht rechnen. Also wir sind am 17.7. in 26 Spieltagen. Machen wir mal so Elfter oder so auf, damit man sicher keinen Stress kriegen muss. Elfter. Elfter. Und dann müssen wir natürlich hier wieder in unser Jahr zurück. Genau. Das ist schön am Springen. Und jetzt simuliert er da hin. Schauen wir mal, ob wir fit sind bis dahin. Ich habe da so meine Zweifel. Also während unseres Beta-Tests die größte Debatte war, wie viele Verletzungen sind jetzt realistisch? Und wenn jemand zwei in einer Woche hat, das ist unrealistischer Quatsch, der in der Realität niemals kann das passieren. Okay. Also so vertritt man das, wenn es einem selbst passiert. Richtig. Vor allem mit dem Lieblingsspieler. Das war nicht in den Griff zu bekommen. Und deswegen haben wir jetzt eine Schwierigkeitsfahrt. Du, das finde ich aber gut. Wir haben eine letzte Sekunde gemacht. Drei Stufen. Da kann jetzt jeder so einstellen, wie er will. Finde ich eine gute Lösung, weil ganz ehrlich, wenn mich da die Frustration packt und ich meinen Lieblingsspieler, den ich gerade teuer eingekauft habe, schon wieder verliere jetzt in einem Kreuzbandriss, will ich es glaube ich leichter stellen. Ich verstehe es auch, aber am Ende. Da haben wir jetzt eine Lösung. Und jetzt sieht man ja auch schon, das Spiel rückt näher. Und bald werden wir ins normale Spiel zurückgebracht. Dann schauen wir mal, wie dieser Heim-Contest läuft gegen Bibelstadt. Das ist jetzt auf Augenhöhe. In der Alm. Da hat sich einiges getan. Du bist umfunktionieren wollen. Du bist immer noch in der Aufstellung. Was hat es eigentlich für die Note letztendlich gemacht? Grottenschlecht mit Sicherheit. Guck mal nach. Saison. Oder gar nicht. Müssen wir doch mal gucken hier. Das Freundschaftsspiel war wahrscheinlich geil. Zu irrelevant. Zu irrelevant. Haben sie gesagt, nee, du Michi, das war es nicht. Hätten wir uns direkt rausschreiben müssen. Hast du dich verbessert? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, du bist ein bisschen... Ah, so. Okay, jetzt... Das müssen wir irgendwann machen, diese Freundschaftsspielmodus. Das machen wir auf jeden Fall. Aber dann ohne wirkliche Zuschauer. Gerade hätte ich es echt gebraucht. So. Also auf geht's jetzt. Wir gehen das jetzt an. Ich glaube an unseren Co-Trainer. Stell das Team ein. Auf geht's, mein Freund. Wie gesagt, das ist jetzt auch eine Mannschaft, die wir schlagen können, glaube ich. Aber wir sind trotzdem auch... Wir sind trotzdem ein bisschen schwächer. Sieht nicht gut aus, ehrlich gesagt. Hey. Da freut er sich. Ich gebe alles für die Mannschaft. Wenn du rausfliegst, wirst du es erledigt. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Das haben wir überstanden. 90 Minuten. Oh, jetzt aber. Du, es läuft gar nicht mal so verkehrt bei uns. Lassen wir uns machen. Jawohl, genau. Das war eine wunderbare Kombination. Und unser Jugendstar schlägt ein wie eine Bombe. Und jetzt. So, und jetzt kann man hier zum Beispiel auch ganz viel Kameraarbeit machen. Da kann man sich die Ecke mal aus der anderen Sache angucken. Aber war nichts. Oh nein. Oh nein. Das läuft. Jetzt beginne ich dran zu glauben. 1,2 Meter vorbei. Aber schon wieder. Ja, das ist aber jetzt langsam nicht mehr lustig. Die können nichts. Wir haben die im Griff. Schon wieder. Wir stehen hinten drin. Oh, komm. Diese Kamera ist nicht auszuhalten. Wir machen irgendwas harmloses, wo man das sieht. Wir gehen wieder auf unsere Alte. Das ist verdient. Das ist kein Zweifel. 1 zu 1 ist nur ein Zwischenstand. Aber wenn wir in die Pause kommen. jetzt, 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 jetzt. Oh Mann. Oberkante der Latte Saufer. Ralf Kranz. Also dafür, dass wir hier jetzt irgendwie in einem niederliegigen Bereich spielen, ist das ein packendes Match, muss ich sagen. Ja, das ist spannend. Die schauen alle noch gut aus. Der Mironi ist ein bisschen im Senkel, da können wir dich doch irgendwie, du kannst doch bestimmt auch rechts, nein kannst du nicht. Aber er kann bestimmt rechts spielen, na klar kann er das, du musst rein. Und das ist lieb. 1,9. Aber wenn ich jetzt, aber vielleicht auch ein bisschen offensiver. Also, ja, oh Mann. Halbesitzfurt. Nein. Ja, kontrollierte Offizifähle. Nein. Nein, du glaubst nicht dran. Wenn, dann musst du volle Attacke machen. Volle Attacke. Aber das ist zu hart, nur jetzt noch nicht. Erst am Ende. Genau, abgesichertes, ruhiges Spiel, okay? Ruhiges Aufbauspiel. Wir lassen sie einfach. Wir können das. Du, ich, wir kriegen das hin. Zeitspielen. Am besten. Weck damit. Oh Gott. Aber das ist zu weit. Das treffen die nicht. Niemals. Ach. Völligst ungeeindruckt. Sag mal, wie viel war das jetzt? 1,3 Meter. 1,3 Meter. Jetzt. 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 Aber da hat man auch nie eine Hoffnung gehabt, oder? Das war schon von Anfang an zu sehen. Ich glaube an Valentin. Valentin hat schon vieles gerissen hier. Stunde um. Hä? Ich glaube, ja. Die brechen bestimmt konditionell jetzt ein. Wir haben ja schon vier Wochen drin. Wir haben auch keine Gefahr. Das hast du schon von Anfang an gesehen. Viel zu weit. Auch 0,14. Das ist mit nichts. Na, wir lassen die jetzt einfach ein bisschen spielen halt. Wir geben ihnen Hoffnung und schlagen dann knallhart zu. Es ist bald um. Ich würde sagen, so ab der 80. Stell mal auf Brechstange. Alles nach vorn. War das ein Eigentor? Nee, es war so eine Kopfballvorderung. Auch noch richtig schön gemacht. Ich. Das bin ich. Da läuft das Ding rein. Hau das rein. Schieß. Nein. Schickt ihn in die fünfte Etage. Das ist wie ein Echt. 3,3 Meter bei 0,36. Sag mal, jetzt haben wir alles drauf hingearbeitet, dass das passiert und dann versauge ich. Das ist so. Das ist wie aus dem Leben gegriffen. Alles nach vorne. Ich werde wahnsinnig. Jetzt. Volle Attacke. Volle Attacke. Wir machen jetzt nicht lang rum. Volle Attacke. Wir hauen jetzt noch einen rein. Nach dem Spiel muss man mich trösten. Ah. Ich war alleine durch. Und er spielt mir den Ball in den Lauf. Kommt. Die letzte Minute. Da geht noch was. Es ist aus. Es ist aus. Die anderen spielen auch immer. Ja, das war ein gutes Spiel. Du hast unsere Siegschance zwar irgendwo auf die Tribüne geschickt, aber... Der ist aufgesprungen. Hey. Der ist aufgesprungen. Hey, ich bin stolz auf dich. Der ist aufgesprungen. Du hast wenigstens aufs Tor geschossen. Wir gucken uns jetzt nochmal unser Tor an. Das ist immer noch. Da ist irgendwo ein Pokal. Deswegen läuft das alles an. Ah, alles klar. So. Und jetzt. Niederlage. Weiter weg, 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 weg damit. Steht sogar im Kicker. Erste Seite. Erste Seite. Titelseite. So. Jetzt. Gerald Wunder schießt in die fünfte Etage. So. Also hier. Wir gucken uns jetzt einfach mal. Wer hat unser Tor geschossen? Wer hat unser Tor geschossen? Der Niklas. Der Niklas hat das Tor geschossen. Und dann kann man hier. Jetzt können wir jetzt hier in die Saison. Und dann sehen wir da hier. Und dann können wir hier praktisch draufklicken. Und jetzt habe ich das hier nicht hergestellt. Hier drauf. Und dann sehen wir das nochmal. Das eine Highlight. Unser Tor. Meine Szene kann man so glücklich nochmal sehen. Eine Witz. Davor träume ich heute. Das war schon ein Ding. Das war unser Tor. Da haben wir uns schon mal gut gefühlt für. Echt schön nochmal. 30. Kommt 30 Minuten halt waren wir richtig gut dabei. Und jetzt haben wir noch was fürs Herz. Noch was fürs Herz. Wir können uns nämlich hier. Jetzt müssen wir hier gucken. Den Film nämlich anschauen. Über unseren Verein. Was wir schon alles geleistet haben. Und jetzt lehnen wir uns zurück. Gründungsjahr 2023. Null Jahre geliebte Tradition. Und es wird. Es wird. Kann ja nur besser werden. Das ist unser Gelände. Da laufen unsere Spieler. 21 Mitarbeiter. Ja. Unser Stadion. Ganz schön weit weg. Die Alm. Aber das ist ein Ding halt. Die Alm ist luxuriös. Hat auch gar nicht viel gekostet. Die ist nur deswegen so groß, weil man es am Anfang einsteht. Ja. Das ist er. Jetzt kommt größte Gurke. Chance für Versauten. Hilfe. So. Also. 3.100 organisierte Fans. Fast zwei. Und ich vorhin fand es mehr. Wir haben Fans verloren. Und das soll für heute, muss für heute reichen. Genau. Und das ist halt unser Motto. Work hard, play hard. Das nächste Mal. Schaffen wir es gegen Giebelstadt. Auf jeden Fall spreche ich es. Gerald mach ich. Danke dir auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich so sehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann mit mehr Erfolg. Dann gehen wir ein paar Ligen hoch. Spielst, übst. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.